Schönen guten Tag, mein Name ist Nicole Minsch, Fitness & Beauty College im Arosa Kuhn-Motel. Ich bin zuständig für den Sparbereich, schon seit über 20 Jahren, das macht ganz viel Spaß. Und ich bin am Bruno begegnet durch einen anderen Geschäftspartner und habe dann die Art der Analyse mit der Quantenphysik auch in Anspruch genommen, zum Glück. Was sich auch sehr schnell abgezeichnet hat, in Form von im Team, im Teammanagement und natürlich auch in der Erfolgsrechnung. Geändert hat sich seitdem ganz viele. Es hat sich geändert, dass man zum Beispiel für gewisse Sachen einander zu einer anderen gewusst Seinwahrnehmung hat, dass man eine andere Sensibilisierung hat. Das ist einmal der eine Punkt. Du hast mich gefragt, was die grösste Herausforderung war. Ich glaube, das kann ich jetzt noch gar nicht beantworten, das steht mir noch bevor. Es waren ein paar Herausforderungen schon, sehr gute auch. Und ohne Quantenphysik denke ich, geht es gar nicht in keinem Unternehmen. Bei den anderen ist es einfach bewusst, dass wir jetzt das Glück hatten, um dich zu treffen. Und bei den anderen ist es vielleicht eher unbewusst. Empfehlen kann ich das jedem. Egal wie grosses Unternehmen ist, egal wie gross der Betrieb ist, es ist von A bis Z nur eine Bereicherung. Und ich bin froh, dass wir dich kennengelernt haben. Und ich hoffe, dass wir noch ganz hohen Erfolg zusammen haben und schöne Begegnungen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.